Manche Medikamente müssen intramuskulär verabreicht werden. Zunächst wird das Medikament vorbereitet. Die Brechampulle wird geöffnet. Eine Einmalspritze und eine Aufziehkanüle werden konnektiert. Das Medikament wird aufgezogen, wobei darauf zu achten ist, dass die gesamte Flüssigkeit erreicht wird. Die Spritze wird luftleer gemacht, ohne dass das Medikament in die Aufziehkanüle gelangt. Die Kanüle wird sofort entsorgt und die Injektionskanüle konnektiert. Die Patientin wird gebeten, sich auf die Seite zu drehen. Der Pfleger zieht die Schutzhandschuhe an und informiert die Patientin. Nun wird die korrekte Injektionsstelle festgestellt. Drei knöcherne Markierungspunkte sind wichtig. Der Darmbeinkamm, der vordere Darmbeinstachel und der große Rollhügel. Ausgehend von dieser Position wird die Hand bauchwärts gedreht. Der Handballen kommt auf dem großen Rollhügel zu liegen. Je nachdem, ob Sie vor oder hinter dem Patienten stehen, können Sie beide Hände verwenden. Überprüfen Sie das bei einem Kollegen. Zeichnen Sie erst den Injektionsbereich der einen, dann den der anderen Hand auf. Sie sind deckungsgleich. Das ist der Injektionsbereich. Die Einstichstelle wird desinfiziert. Nach 30 Sekunden Einwirkzeit werden mögliche Reste mit einem sterilen Tupfer abgewischt. Die Schutzkappe der Kanüle wird abgezogen und die korrekte Einstichstelle nochmals getastet. Die Kanüle wird senkrecht zur Hautoberfläche tief in das Gewebe gestochen. Sie muss jedoch noch zu sehen sein. Beim Aspirieren sichert eine Hand die Spritze, sie liegt am Patienten und verhindert das Verrutschen. Dann wird langsam injiziert. Die Spritze wird zügig herausgezogen und die Einstichstelle mit einem sterilen Tupfer komprimiert. Kreisende Bewegungen sollten vermieden werden. Die Einstichstelle wird mit einem Pflaster abgedeckt. Die Einstichstelle wird mit einem Pflaster abgedeckt.